Der Künstler, der seine lachenden Chinesen zeigt, ich spreche da immer gerne vom Haifischlachen. Und inzwischen sind viele Skulpturen hinzugekommen. Da wird auch in dieser Ausstellung China 8 dabei sein. Allerdings werden wir überraschen mit Werken, die man bisher nicht gesehen hat, nämlich Collagen. Collagen entstehen aufgrund von Objekten, die es in China zu kaufen gibt oder die man im Illustrierten abgebildet sieht oder die man benutzt. Das ist so eine Arbeit, die den gesellschaftlichen Alltag scheinbar auf abstrakte Weise beschreibt. Aber tatsächlich, wenn man genau hinschaut, dann identifiziert man das Leben. Dann identifiziert man chinesischen Alltag. Und das ist das Neue an Yumin Yun, Arbeiten, die hier in Deutschland noch nie ausgestellt waren. Also, es geht um ein Mandat an sich, die man auf abstrakte Weise zu können. Dann dice das Neue einmal ein bisschen nach mein�cam war an das Leben. Dann Notice ist das Neue absolutes. Sange Des Autogrammonauten